Ist ChatGPT gefährlich? ChatGPT ist keine künstliche Intelligenz in dem Sinne, dass die KI selbst handeln kann, sodass für uns dadurch eine Gefahr ausgehen könnte. Es ist einfach nur eine große Datenbank. Gleichzeitig kann die KI das Internet nach Quellen durchsuchen. Dadurch werden die Antworten generiert. Was die KI unter anderem kann, ist es, die Quellen zu bearbeiten, indem die Sätze dann umgeschrieben werden. Es ist im Prinzip ein Programm, das Informationen zusammenfassen, diese strukturieren, diese dann für uns neu gliedern und umformulieren kann. ChatGPT ist keine künstliche Intelligenz, in dem Sinne, dass die KI selbst handeln kann. Die KI kann sich nicht selbstständig machen, um sich selbst zu schützen. Das ist immer die Gefahr einer KI der Grundgedanke, dass die KI sich selbstständig macht, um sich selbst zu schützen und somit gegen die Menschheit ankämpft. Das geht aktuell nur in Filmen, aber nicht mit ChatGPT, daher brauchen wir uns aktuell keine Gedanken machen. So weit sind wir noch nicht und es wird sicher noch Jahrzehnte dauern, bis wir eine KI haben mit einem eigenen Bewusstsein. Erst dann wird es für die Menschheit gefährlich, aber aktuell sind wir noch weit davon entfernt. Ist ChatGPT gefährlich? Nein, ChatGPT ist nicht gefährlich.